virtuelle umarmung von norbert van tigelen hey ich möchte dir was sagen nein ich will was mit dir tun ich glaub dass es dir nicht gut geht deine seele sollt mal ruhen ich bemerk das schon seit tagen du bist wirklich arg verstimmt es wird zeit dass dich mal jemand richtig in die arme nimmt ich will dass du wieder lächelst hat mich deiner jetzt erbarmt komm und zeig mir deine seele fühle dich von mir umarmt